Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Keiter, Jürgen, Krebs, und Pankow. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Der Schütze! Der Schütze! Der Schütze! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Der Kanzler ist ein Befehl! Jeder hat mich belogen, sondern er ist es. Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haus, nie das terrestliche Treue unter Feiglingen. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Ist das Feiglinge? Verreiß ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre. Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zucker gebracht haben. Wo am Verlangen, wie mein Messer da behält. Jahre lang hat das mir die Klammerleaktionen überhiert. Es hat mich gegen nur als Witzpicken... Widerstand! Ich habe weggelegt! Es hat der Kult herangetan. Von Jahren alle anderen Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin!